In regenerativen energien steckt eine menge potenzial und sie können einen riesigen beitrag dazu leisten den klimawandel Zumindest noch zu verlangsamen doch immer wieder ist auch von hohen kosten der erneuerbaren energien die rede und genau deswegen gibt es jetzt für Euch den großen kostencheck wie stehen die erneuerbaren energien im vergleich da ihr habt euch das thema bei whatsapp gewünscht und ich sage danke Für. Diesen vorschlag herzlich willkommen bei klicks und science fiction Vor einigen jahren bin ich auf einen dinosaurier ingenieur getroffen er beklagte sich ernsthaft über die subventionierung von Windkraftwerken und lobte dagegen die kernenergie die sei ja so billig naja ich erinnerte ihnen an ein paar milliarden Schwere bau ruinen in deutschland den schnellen brüter in kalkar den kugelhaufen reaktor in hamm oder das stillgelegte Kernkraft in mülheim kärlich das steht in einem erdbeben gebiet Oh, man aber ist die kernkraft nicht an sich total billig man braucht ja nur total wenig brennstoff um jahrelang Energie zu erzeugen naja aber die gefahren aber kommen wir zu der kostenbilanz Versteht der klimawandel kann wohl nur noch aufgehalten oder zumindest verlangsamt werden wenn wir möglichst schnell auf erneuerbare energien Um schwenken und die sind im gegensatz zur kernkraft nämlich ungefährlich das ist und das zurecht ein dauerbrenner thema hier bei klicks und science fiction Denn die lage ist wirklich ernst denn klar ist dass Energieformen wie wind und solarenergie sehr viele vorteile haben sie sind unbegrenzt weltweit ohne Langen und kostspieligen transport verfügbar und ölkatastrophen die verstärkung des treibhauseffektes und akw unfälle können vermieden werden aber Es gibt eben auch schattenseiten diese art der stromerzeugung ist stark vom wetter abhängig nehmen wir nur als beispiel die Photovoltaik die herausforderung für das strommetz besteht darin die schwankungen abzupuffern und auszugleichen Beispielsweise in dem der strom zwischengespeichert wird oder in andere regionen in denen er gerade benötigt wird weitergeleitet wird Doch das gilt als extrem kostenintensiv Intensiv und aufwendig und schadet dem image der erneuerbaren energien enorm doch wenn man nur einmal auf die kosten schaut können Erneuerbare energien punkten denn ihr wisst alle die kosten von öl erdgas und kohle steigen rasant schließlich handelt es sich hier um Energieressourcen die endlich sind von 2003 bis 2017 ist der weltmarktpreis für kohle Beispielsweise um knapp 80 prozent gestiegen von 45 euro pro tonne auf 79 euro pro tonne Der preis für rohöl hat sich in diesem zeitraum fast verdoppelt und dieser trend nach oben wird anhalten dagegen Sinken die kosten für erneuerbare energien in den letzten 15 jahren um etwa die hälfte Logisch wenn man bedenkt dass erdwärme sonne wind wasserkraft und bioenergie Dauerhaft zur verfügung stehen und nicht irgendwann aufgebraucht sind Bis 2020 sollen die kosten für erneuerbare energien um 40 prozent gesenkt werden so das ziel der branche Und ein ganz wichtiger punkt den darf man dabei nicht vergessen auf gar keinen fall Klar werden erneuerbare energien auch derzeit noch gefördert doch langfristig gesehen steckt ein großer volkswirtschaftlicher Nutzen dahinter und zwar ein nutzen der größer ist als die kosten für ihre förderung denn sie schonen das klima und vermeiden dass kosten für Energie importe entstehen zudem senkt die einspeisung von erneuerbaren energien den strompreis an der börse Das ökoinstitut agora energiewende hat eine spannende studie zu der frage gemacht welche kosten bis zur energiewende im jahr 2050 anstehen und zwar auf der einen seite auf der basis von erneuerbaren energien und zum anderen auf der basis fossiler energieträger Das fazit zitat ein stromsystem das im jahr 2050 nahezu Vollständig auf erneuerbaren energien beruht ist nicht nur klimapolitisch notwendig und technisch machbar sondern aus der systemperspektive auch Kostenseitig attraktiv den berechnungen des forschungsteams zufolge wäre ein stromsystem auf basis Erneuerbare energien entweder gleich teuer oder sogar günstiger als das system das auf fossilen energieträgern beruht 64 milliarden euro kosten für das gesamte stromsystem auf basis erneuerbarer energien gegen etwa 67 milliarden euro für ein fossiles stromsystem somit würde ein solches Energiewende-Szenario nicht nur als waffe gegen den klimawandel wirken sondern auch als eine art versicherung gegen das risiko Hoher brennstoff und co2 preise und jetzt wünschen wir mal um auf die im vergleich dazu ja so billige Kernenergie im april diesen jahre ist es dazu eine studie im auftrag von greenpeace veröffentlicht worden mit einem krassen Ergebnis demnach kann eine rein erneuerbare stromerzeugung bei gleicher versorgungssicherheit günstiger sein als derzeit geplante kernkraftwerke in mehreren osteuropäischen eu-staaten Die kosten für eine megawattstunde produziert durch erneuerbare energie Erliegen demnach bei etwa 100 euro aktuelle projekte zu atomkraftwerken liegen dagegen bei 126 euro pro megawattstunde dazu der vorstand von greenpeace energy nils müller Der finanzielle vorsprung der erneuerbaren wird noch größer wenn man zusätzliche kosten für akw störfälle und die noch nicht eingepreiste lagerung von Atommüll berücksichtigt ja anders für die studie ist der plan von polen tschechien der slovakei und ungarn neue Atomkraftwerke zu bauen denn das ist genau der punkt wie es jetzt aussieht werden die kosten der krankkraft nämlich im nachhinein auf die Steuerzahler umgelegt und das wird unglaublich teuer Grob geschätzt werden es hier in deutschland mehr als 50 milliarden euro es gibt sogar schätzungen von mehr als 150 milliarden euro inklusive dem abriss der atommeiler die Stromkonzerne die werden sich mit einem relativ bescheidenen beitrag von rund 25 milliarden euro Daran beteiligen ja das hat niemand erzählt als auf die so billige kernkraft gesetzt wurde mit der energiewende sinken also auch die kosten 36 prozent des stroms wurden im letzten jahr bereits umweltfreundlich produziert Das ist also auch für unseren geldbeutel eine gute nachricht wenn er keine videos dazu und zu allen anderen themen verpassen wollt dann edit Mich bei whatsapp dann umgeht ihr die kaputte abo box hier auf youtube verpasst kein video denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir von jedem video und zwar vor allen anderen ja und das täglich garantiert einfach hier draufklicken und am besten auch Meinen schwesterkanal klicks um social media abonnieren da gibt es das neueste aus der social media welt dafür hier klicken aber nicht die Genau die glocke vergessen und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken Neuartiges wellenkraftwerk c3 wellen energiekonverter fünfmal Effektiver bis dann Bleibt dran